die hallo jetzt hat er schon ist natürlich jetzt klasse das ausgerechnet hier hellgrim da ja genommen hat dann ja nämlich jetzt morales weil die habe ich ja gerade eben schon gespielt da habe ich jetzt also in der letzten folge da habe ich dann jetzt ja die erfahrung wie auch immer mal sehen ob die auch direkt wählen so So. Shit. Alter. Ich, 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 ich. So. Ja. Stimmt natürlich nicht ganz. Ich hab natürlich, oh. Turinate, na gut. Und Malfurion. Ups. Naja, die sind ja krank. Okay. Und Ufa hätte ich auch noch. Drei Assassin. Ach was. Ach was. Was hab ich denn hier? Unterstützer. Hm. Ich hätte nur vier zu Auswahl. Nova raus. Okay. Hm. Hm. Rainer. Okay. Und jetzt noch. Hm hm. Mordien. Okay. Hm. Hm. From order comes justice. Hm 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 hm. Mordien. Mhm. Hm hm. Was hat er denn da? Assassin. Oh Mann. Wo ist denn hier? dieser ZB. Er ist auf Level 37, der ist genauso wie ich und beschimpft uns dann als Noobs oder was. Der ist Arthas ist zum Beispiel auf 33. Er hat viel mehr Spiele hier in der Hellenliga gewonnen als... Es ist einfach unglaublich, was diese Leute sich dabei denken, jedes Mal hier so rumzuheulen. Wegen irgendwas, nur weil sie meinen, sie wüssten was besser. Hoffentlich können sie dafür jetzt, sie kann er dafür ordentlich spielen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch zum Großteil eigentlich nur... Die Be ströte beginnt in zehn Sekunden. Five, four, three, two, one. Fight! also das ist jetzt echt klar bedeutet das nichts klar bedeutet überhaupt nichts überhaupt nicht bedeutet das nur dass man in der hellen liga die ganze zeit oder nicht so wirklich oft gewinnt so was ist hier los Ja, 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 ist gut. Okay. Okay. So, und da sich das jetzt momentan beim Zurück-Teleportieren immer noch, also durch den Bonus irgendwie, es schafft sich zu regenerieren. Ähm. Ja. Geil. Die anderen haben so lange da oben rumgedrückt, bis ich dann da alleine stand. Das ist natürlich echt der Hammer. Wirklich. Wirklich. Ja, ich sehe. Was? Oli braucht was? Wer hat hier wen blockiert? Hm, 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 hm. Ich fühle stärker. Wow. Shit, Selbstmordfischer. Alter. Ich muss ja echt aufpassen, ich kann ja echt Ärger bekommen. Ich kann ja echt Probleme bekommen. Oh, ladigolfe. Mist. Mist, 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 Mist. Sind die schon wieder hier oben dran, oder was? Ich bin reingewernd. Ich bin reingewernd. Ich muss sie schnell beschreiben. Ich bin reingewernd. Durch hier. Hm. Okay. Hoffen wir mal, dass wir's diesmal hinkriegen. Das ist schon echt übel. Wir kommen jetzt einfach so überhaupt nichts. Nicht mal. Alter, was hat der? Klar, Morales, wenn man ihn dann sehen würde. Der ist doch hier. Ich kann nochmal zum Brunnen gehen, aber das ist auch gerade alles, was ich drin kann. Tja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich hier so wirklich tun soll. Also da, wenn man genauer überlegt, wenn man keine Krähenfüße haben will, dann bleibt einem ja nicht viel. Was ist mal da? Irgendwie. Alter, könnte mir mal einer hier helfen? Irgendwie. Ich krieg das nicht alleine hin. Ich krieg das hier nicht alleine hin. Was soll das denn werden hier? Ich kann ja so viele nicht mehr. Nichts, aber ich kann es nicht mehr. 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 Du bist der Fall, der Räume ist. Das ist der Weg der Nexis. Ah nein, nein, nein. Ich brauche nachher. Ah, ha 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 ha. Meine Hunt weiter. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich bin mit mir. Was soll denn das jetzt werden? So. Flächennahme. Diesmal wohl attraktiver als Das ist okay. Oh nooo Ich schaue ihn, ich warte mal fast! Ich schaue ihn! Ich schaue ihn! Ich schaue ihn! Ich schaue ihn! Klasse! Klasse! Was ist denn? Ich schreibe euch und kann mit den Freunden gucken wir eigentlich. Okay, der ist irgendwie da in der Chatbahn. Sehr interessant. Passiert wohl wenn man zu viel rumflucht. So, zwei Kills auf meinem Konto. Schön. Soviel zu fucking Loops. Das müsste ich nur noch mal rauskriegen, was O-M wird. Dich! Dich Affen sollen wir beschützen oder was? Warum? Knapp entkommen. Hm. Ah, Fehler. Hm, 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 hm. 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 Was? Ich meine, ich weiß, dass ich das tun könnte. Ich habe auch meine Tunnel öffnet. Hey, jetzt wird es langsam nicht, ähm, Hm. Knapp. Swift and silent. Miss Damage. Das ist der Grund. Kein reserviert. Das ist der Grund. Ja, klar, Tessada. Aber, äh, erst mal rankommen, ne? Ach, verdammt. Falscher Angriff zur falschen Zeit. Okay, Moment, wo haben wir ihn denn? Spiel am Melden. The Gravekeeper shall pay for this. Ja, darf ich noch? Nein, darf ich nicht. Hm. Soviel dazu. Schön, dass ich mir den Rang hier so gründlich versauere. Schön, 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 schön.